Mit Oma, können wir also ein Stoßchen essen? Ihr Rasselbande. Wer am meisten drängelt, öffnet gar nicht. Das ist zum Schluss. Ich hoffe, ich muss heute nicht mehr raus. Das ist typisch mit die drei. Wir machen mal mit die drei ein Bild von dir. Meine Frau sagt immer, du darfst alles essen, aber nicht alles wissen. Nun sitze ich hier. Dick und dumm. Danke, Schatz. So, Leute. Mein Arzt hat die Diagnose. Herzklappenfehler bei mir festgestellt. Ja, was soll ich sagen? Zu viel Herz und eine viel zu große Klappe. Schatz, was steht auf dem Grabstein eines Diabetikers? Gibt mir Zucker. Das Leben war kein Zuckerschlecken. Deutschland ist, wenn du mit dem Fahrrad fahren musst, weil dir dein Führerschein abgenommen wurde, weil du besoffen mit dem Fahrrad gefahren bist. Schatz? Ja? Schatz? Was? Da kam gerade eine Nachricht vom Deutschen Wetterdienst. Wo willst du denn jetzt hin? Na, raus. Nee, die haben gesagt, Menschen mit Segelohren sollten das Haus nicht verlassen. Papa? Ja? Wo ist denn die alte Ziege? Die alte Ziege? Beim Fußball hast du gesagt, komm, schnell, wir müssen nach Hause. Die alte Ziege wartet. Dann geht's. Okay.